Helene Fischer ist eine der erfolgreichsten Schlagerstars. Ihre Alben erreichen traumhafte Verkaufszahlen und auf ihren Konzerten jubeln ihr tausende Fans zu. Wegen ihres vollen Terminplans kommt bei der Sängerin jedoch eine Sache zu kurz. Sie hat kaum Zeit, um sich ein leckeres Essen zu kochen. Durch meinen Beruf bin ich einfach wahnsinnig viel unterwegs, da sind solche Momente selten. Doch gerade deswegen bedeutet selber Kochen für mich Luxus, verrät Helene Fischer dem Internetportal Essen und Trinken. Selbst wenn Helene mal ein paar Tage frei hat, dürfte sich das spontane Kochen jedoch knifflig gestalten, denn der Kühlschrank bleibt aufgrund meiner langen Touren tatsächlich schon mal leer. Für den Notfall hat der Schlagerstar aber immer ein Kräuterbutterbaguette zu Hause und ein paar Nudeln, um eine schnelle Pasta zu zaubern. Helene Fischer verrät auch, welche besondere kulinarische Leidenschaft sie hat. Ich liebe Grillen, die Geselligkeit, gute Laune, draußen sein und den Duft vom Grill. Da bin ich ganz Genießer. Allerdings steht die Sängerin dann nicht selber am Grill, sondern überlässt diese Aufgabe, gerne den Herren. Wenn sie auf Tour ist, hat sie übrigens einen Trick, um immer fit zu bleiben. Ich schwöre auf frischen Ingwer. Diese Knolle ist wirklich eine kleine Allzweckwaffe. Sie stärkt das Immunsystem und wärmt die Stimme, verrät sie.